So, willkommen zurück zur Foundation. Unser Dorf wächst und gedeiht. Ich hatte so zwischenzeitlich mal Angst, dass die Kleidung alle wird. Deshalb habe ich hier mal noch eine Schäferhütte gebaut und hier... ...oder zumindest einen Auftrag gegeben. Steinbrücke wird aktuell nicht fortgesetzt. Pausiert noch. Von hier drüben will ich mich dann Richtung baldiger Kirche auf den Weg setzen. Dafür habe ich auch schon angegeben, hier die Schneise soll von Bäumen befreit werden. Dass meine Leute nicht mal hier außen rum müssen, dass die vielleicht mal hier irgendwie eine Abkürzung haben. Weiß ich noch nicht, ob das so gut klappt. Da baut sich jemand ein Wohnhaus. Ich werde verrückt. Okay. Das muss belohnt werden. Wollen wir hier einen Markt hinsetzen? Oder lieber erst hier unten. Ich denke erst hier unten. Schöner kleiner Marktplatz. Oh, es ist schön. Kürze. Kirche. Neun Steine. Zehn Werkzeuge. 22. Äh. Äh. Bretter. Da. 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 Zwei neue Dorfbewohner. Wie viele Arbeitslosen haben wir jetzt? Drei. Vier. Wir haben vier freie Arbeiter noch. Bären, 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 Bären machen wir hier. Machen wir hier einen kleinen Marktstand hin. Ein Markt, Lebensmittelstand. So, Lebensmittel hatte ich glaube immer ein blaues Zelt bekommen bei mir. Wobei, komm, da machen wir noch einen Warnstand hin. Das wird ein grünes Zelt. Schild für Warenstand. Ein weiteres Lebensmittelzelt. Wäre wieder ein blauer. Luxus. Kommt Rot drüber. Lebensmittel. Schild für Luxusstand. Hier ist ja mal richtig Wald. Und nochmal ein Lebensmittelzelt. So, und ich denke da mache ich... Hier einen Zaun hin. Hier einen Zaun. Sitzbank. Sitzbank. Und hier nochmal eine. Fässer. Ein bisschen Deko. Mit Bau beginnen. Und ich glaube da machen wir auch nochmal einen. Brunnen. Brunnen hier so hin. So. Das wird unser neuer Markt. Da, 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 da. Vorabkosten. 100 Holz. Stoffe. Stoffe. Deshalb hatten wir vielleicht keine Kleidung mehr. Da. Es fehlen nur noch... Es fehlen nur noch 5 Werkzeuge. Dann ist meine Kirsche fertig. Jawohl. Da, da, da. Ja. Hier entsteht das nächste Wohnhaus. Jawohl, ja. Da. Der Weg ist genau richtig. Wohngebiet. So. Machen wir erstmal ein bisschen schmaler. Ein Gesandter bittet schon wieder um Audienz. Meine Fresse. Du brauchst ja schon wieder Truppen. Wie viel? Fünf Soldaten. Okay. Wen nehmen wir diesmal? Ich würde sagen. Heute sind die ersten Mal dran. So. Achso. Senden. Mäh, mäh. Oh, stimmt. Mäh, mäh. Sind die Schäferhütten jetzt. Und die Schäferhütten. schäferhütten. Und die Schäferhütten. Mäh, die Schäferhütten. Und die Schäferhütten. Hier fehlen noch vier Holzbretter. Wir gucken mal, wie sieht es mit Weizen denn aus. Okay, im Moment hätte ich mehr Mehl. Das heißt, ich könnte da schon wieder eine weitere Bäckerei bauen. Äh, kostet eine Bäckerei viel Geld. 300. Ganz kurz warten. Wobei, die braucht ja dann auch wieder Wasser in der Nähe. Mist, Mist, Mist. Hier. Vielleicht. So, bitte 300 Gold. 291, 300. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Bäckerei. Warum musst du nur so groß sein? Scheiße. Anhieb ist die erste Art Wischen sehr groß. Und unser Geld ist gerade sehr niedrig. Wollen wir eine Bäckerei hier oben hin machen. Wow. Ist meine Kirsche fertig? Zeigt sie mir. Ja, schick. Stufe, Freischaltmöglichkeiten, Pracht. Pracht. Pracht, 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 Pracht. Warum steht das Torfeld und dreifach? Prunk. Zehn Bürger. Schaltet kleine Steinmauer frei. Kirsche. Steinmauer. Nichts, nichts. Es geht schon wieder um Fisch. Es gibt kein Fisch. Es gibt kein Fisch. Gott würde es schätzen, äh, zu schätzen wissen, wenn ihr ein Denkmal seiner Pracht bauen werdet. Baue eine Kirsche. Ähm. Habe ich da eine Zeitbegrenzung für? Nö. Unendlich Zeit. Sehr gut. Eisen. Fischerhütte. Lagerhütte. Heizenfarben. Diverse Mauern. Hm, hm, hm. Ich brauche erstmal Geld für eine Bäckerei. Wartet, wenn ich eine Bäckerei hier oben auf den Berg baue. Wartet, ich brauche ja Geld. Leute, kommt, kauft irgendwelche Sachen. Ist mir völlig egal was. Wir brauchen einen Bäcker. So einen richtigen. Und ja, Brot backen kann. Und Kuchen. Komm! Bäckerei, Bäckerei. So. Schnell. Platzieren. Dimm, dimdittittimm. Das muss eine Abkürzung werden und neben den Bäcker kommt natürlich gleich der Brunnen Lagerhaus fertiggestellt es müsste das hier sein zwei Träger zwei Träger Ich würde sagen, wir lagern hier Brote ein Holz, Steine und Bären Oder statt Bären nehmen wir mal Mehl Vielleicht wird da ab und an mal ein bisschen Mehl hier hochgeliefert Da-dam-di-dam-dam-dam-dam Eine Wolle haben wir, zwei neue Dorfbewohner Gut, ich beende dann glaube aber mal die Folge Tschüss, ciao, bye-bye, bis zum nächsten Mal Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's